Nur mal kurz vorweg, eigentlich sollte dieses Video am Montag online kommen, an Halloween, nur es ist sich leider zeitlich nicht ausgegangen, weil ich auch selber ein bisschen was unterwegs war und nicht immer daheim war. Deshalb kommt es heute online, es ist trotzdem sehr gut geworden und ich würde sagen, gönnt euch. Happy Halloween! Und damit, hau Leute und herzlich willkommen zur sechsten Folge hier auf meinem Kanal. Dankeschön, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Ja, liebe Leute, heute ist Halloween. Ich habe am Samstag gestreamt, ich habe hier auch extra ein Texture Pack hineingetan, sowie ich habe ein paar Mods hinzugefügt, die was aber das Spiel jetzt ein bisschen verbessern und so, aber jetzt waren keine neuen Sachen, zum Beispiel so wie Stühle und so weiter, das jetzt hier liegt. Ich mache mal kurz der Stuhl hier hoch. Ja, am Samstag habe ich ein bisschen gestreamt, nur da ist die Verbindung halt immer abgebrochen. Hier sind vier damals stehen geblieben. Wow, okay. Ja, weil wir wollten minern gehen, das ist gerade irgendwie komisch mit dem Texture Pack. Nur halt, der ist die ganze Zeit abgebrochen und ja, ist halt blöd gewesen. Aber dafür werden wir heute dann minern gehen und so wie auch, ich muss euch was zeigen, ganz cool, wir haben einen Minecraft-Skin. Geil, oder? Einen Halloween-Minecraft-Skin. Texture Pack ist eigentlich, ich weiß nicht, ich habe es halt jetzt ein kurzes Mal in einer anderen Welt ausprobiert und ja, es ist gegangen. Genau, und liebe Leute, ich habe euch ja was gesagt, ne? Ich habe euch ja gesagt, dass wir etwas bauen, sogenanntes für Halloween, deshalb auch so viele Kürbisse. Zum einen ist man mal hier ganz oben links, seht ihr, eine kleine Mindmap, Mindmap, genau. Hier sieht man dann einfach einmal, ah, das ist halt cool. So wie man kann sich in, nee, also kann man das jetzt hier auch im Kreativ-Modus, kann man sich dorthin teleportieren. Ich möchte nochmal kurz ausprobieren. Ja, okay, es geht doch. Aber trotzdem, das werden wir nie tun. Teleportieren. Hier ist eine Höhle. Also ob, krass. Wir können, ist das Eisen? Wir könnten hier dann einmal hineingehen. Aber, liebe Leute, man sieht schon ein bisschen auf der Minimap, was wir hier gebaut haben. So, wir sind nicht so ganz fertig geworden damit. Deshalb werden wir es heute machen, fertig bauen, sowie auch meinen gehen. Und, ja, wollt ihr es sehen? Liebe Leute, ich muss kurz das Dexterback ändern, weil das hat überhaupt nicht gut ausgesehen. Also halt die Kürbisse zumindest. So, wollt ihr es sehen? Hier habt ihr es. Epic Moment. Also, ja, ich weiß, doch sieht schon gut aus. Oder so? Doch, 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 doch. Muss ich sagen. Nur für euch mache ich das heute. Hier. Ich werde nur mal hier die Höhle erkunden gehen und das war es dann. Dann werde ich bauen. Okay. Was hieß das? Das ist ein Creeper. Ja, halt. Alter. Was kannst du eigentlich? Das war super, dass mir es hier halt irgendwie angezeigt wird. Muss ich sagen. Ja, aber nie. Also, liebe Leute, es tut mir halt leid. Aber mit dem Dexterback nicht kann ich kann das nicht. Wir haben es probiert, weil es ist nicht gegangen und es halt nicht. Und jetzt beginnt wieder meine Lieblingsarbeit, nämlich Obsidian. Und let's go. Der ist jetzt hier verbrannt. Eiskalt. Wir lassen mal 15. 15 ist eine gute Zahl. Ja. Wow. Alter. Na, na, na. Nee, nee. Nein. Wir beruhigen uns. So. Was kann ich jetzt hier machen? Ich möchte nicht sterben. Nein, das möchte ich nicht. Liebe Leute, was soll ich hier machen? Dort ist ein Skelett. Dort ist ein Skelett. Hier ist eine Spinne. Und dann ist, glaube ich, auch eine Spinne. Wenn die mich ein paar Mal treffen, ne. Okay. Ich muss auf die Nummer 6 drücken und dann auf F. Und dann blocken. Seid ihr bereit? Nee, bitte jetzt. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Ach, ich hasse. Ich hasse es doch einfach. Ich möchte nicht sterben. Bitte. Bitte nicht. Drei. Zwei. Eins. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Jawohl. Ebischer Feit. Ebischer Feit. Ebischer Feit. Ebischer Feit. Der Linke soll den Rechten erschießen. Der Linke fällt mir dann leichter zu killen. Nein. Bösser so, böser so, böser so. Hör auf. Warum bin ich nicht einfach weggelaufen? Ich hätte mich in die Wand bauen, hineinbauen können, zu bauen, mich hochheilen. Warum nicht? Warum? Weil ich viel zu dumm in meinem Kopf dafür bin. Aber liebe Leute, schaut euch ja mal das hier an, Alter. Wie es ja raussticht, ne? Hoch. Pufast. So, die Monsters sind weg, Gott sei Dank. Wir ziehen schnell die Rüstung an. Ähm, wir haben Diamanten. Aber wir sterben gleich. Nicht zu lecker. Wir haben nochmal Diamanten. Pfff, wieder. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. Diamanten. Jawohl. Wow. Alter, schaut das geil aus. Ich hab weißen Farbstoff, ne? Das heißt, ich kann hier alle weiß werben. Aber es sieht schon geil aus. So zwischen den Dschungelbäumen und so. Mal's hier da noch die Spiegelung, ne? Wow. Genau, liebe Leute. Ich würde mal sagen, wir bauen nochmal jetzt hier weiter. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier weiter. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier weiter. Ah! Liebe Leute, wir sind jetzt hier gerade Kaktus ein paar Mal gegangen oder halt uns geholt. Wir haben hier einen Tempel gefunden. Deshalb würde ich sagen, wir gehen mal kurz hier hinein. Und ja, dann let's look. Zwei Dias, geil. Noch mehr Dias. Ein Haltbarkeit 1 Buch. Sehr schön. Und ein UP Gold Apfel. Geil. Hier ist auch noch ein Dorf. Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, ich denke mal, das wird so passen. Und seit wann kann ein Boot untergehen? Ich kann mich nicht mehr hineinsetzen. Nur abbauen. Okay. Ich finde auch, ja, ist gegangen. Ja, doch schon. Sieht schon super aus. Alter, alles klar. Drei Creeper. Ja, moin. Nein. Okay. Hauptsache, die ist jetzt weg und nein, ich stehe gleich. Da greife ich mich nicht mehr an. Geil. Angriff. Los. Patz. Zack. 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 Wenn ihr für den Kombus kommt, ihr nicht mal in Acht habt. Schaut euch den an. Zack. Viel zu schnell. Machen wir für ihn. Wir genießen noch mit dem Show. Danke. Danke. Eine Hexe ist auch noch hier. Passt eh sehr gut. Wie geht das jetzt hier? Wenn man so geht und dann... Zack. Alter. Okay, jetzt hat... Jetzt greift die uns noch an. Ja, was für... Links, rechts, links, rechts. Hier geht die Sonne auf und... Wow. Sieht schon geil aus. Hier. Kürbis. Spillett. Verschwindet durchs Weg. Dankeschön. Geil. Wenn man halt hier dann nur das Gesicht verzieht. Okay. Bitte ist jetzt hier den Dias und so weiter nichts passiert. Danke. Ja, ne, die Dias hat noch hier. Herzlichen Dank. Geil. Ich bin zufrieden. Ja gut, nur halt den Spitz oben, den hätte ich ein bisschen anders machen können, aber... Ja, ich weiß nicht. Es geht klar. Es geht klar auf jeden Fall. Ähm, das war's jetzt hier. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ja, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um keine Benachrichtigung mehr zu verpassen. Ansonsten bin ich raus. Tschö mit Ö. Der MAMC12 ist... Out. 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 Und fight and die For the things you know you're